moin leute willkommen hier bei michabellum und ich bin diesmal grün und wir sind ja alle die das hier öfters gucken wissen sehr gut dass ich sehr oft grün bin und ich mag es grün zu sein irgendwie habe ich mich ja das ist einfach so meine farbe weißt du das ist einfach auch geil so schmelzpunkte letzte folge und ich habe bock ich hoffe ich kriege jetzt richtig mit massenproduktion das hin aber ich habe gelernt in diesem spiel dass wenn du etwas unbedingt machen möchtest wird es meistens nicht klappen deswegen ja wenn wir einfach mal schon mal das was am schlimmsten für uns ist weg machen und werden dann einfach noch mal mehr kriecher machen denn sie brauchen ja wir sind gerne wir machen schon mal bereit für massenproduktions schmelzpunkte ob es bekommen werden schon mal hier ein bisschen weg gehauen weil wir haben halt kriecher gegen kriecher und scharfschützen wenn auf jeden fall wir gewinnen weil wir die panzer haben und die halt besser mit kriechern klarkommen als halt scharfschützen zeigen die natürlich angriffsmodus aber trotzdem sind die das nicht in der ersten runde das wäre ein bisschen krank so schmilzt sie meinem kleinen und dann können wir uns hoffentlich mal jetzt die gebäude gönnen direkt jetzt kommen wir können feind dazwischen okay geht auf zum anderen das ist gut das hier auch safe für mich nein da kommt sehr viel aber ich glaube bis die generation ist das schon längst weg das gebäude das ist nice bitte lauft jetzt alle nehmen mit nein warum lauft ihr nicht mit okay ihr seid gut ihr werdet befördert fünf von denen gehen in die mitte das ist gut gibt mir xp äh ich meine geld für heute oh verdammt ich glaube nicht dass sie das wohl diesen sehr lahmarschig könnte sein dass sie hinkriegen nein oh mein gott du arsch oh nee meine vorräte penner nicht gegönnt aber es gewinnt schon direkt leute in diesem ersten das ist interessant dass hier manchmal wird man so hart in der ersten runde überrannt dann hat man momenten wo wir einfach jeder hier übelst hardcore die ki dominiert also das ist schon warum krieg keine schmilchpunkte das ist gemein ich glaube ich gehe ich muss eigentlich jetzt schon für schmilchpunkte gehen wenn ich das jetzt nicht mache habe ich es verkackt aber ich glaube nicht jetzt naja ich glaube es macht keinen das ist schon ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen was mit kriechern gemacht das klappt mit kriegern was zu machen niemals klappt das was mit kriechern zu machen das war was erwarte ich denn warte wenn ich was mit kriechern machen soll ich die auf einem haufen haben weil wir gemeinsam mit stark und so ne deswegen kommt man hier rüber das dümmste was du machen kannst du hast ja nicht mal was gegen luft das willst du halt was eigentlich kannst du phoenix nehmen aber nee du musst mustangs nehmen wenn du was gegen wenn du was ein kriechern was musst du mustangs machen denn die mustangs kommen auf jeden fall alter what the fuck okay oh scheiße was mache ich da okay schmilzpunkte haben nicht funktioniert also gehen wir zu drastisch müssen wir so drastisch müssen zurückgreifen das war richtig hart hier habe ich jetzt schon das neue geht das warm ich brauche als nächstes direkt hier das hier der schlagborder mit der richtig hart mit die richtig hat ja alles schmilzen ja links habe ich ja gar nichts rechts habe ich ja nichts gab ja ja wäre schön wenn hier so ein kleines maschinengewehr auf dem rücken hätten die kleinen kriecherchen und dann hier noch irgendwie müsste in der lufteinheit abkneiden könnten aber ich glaube ich will dann die panzer verkaufen und dann auf mustangs gehen zwei stück oder so ich gewusst dass ich jetzt auf kriecher gehe hätte ich dann auch scheinlich mustangs vorher genommen aber das ist aber egal wie macht das eigentlich jetzt hier 50 prozent das war früher mehr säusig ich glaube ich krieg den mittleren turm nicht leider schon nur kann ich habe am meisten geld gemacht aber wo ich nun kriege habe leute was los so habt ihr auch was gemacht ist die frage nein 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 ich mache das nein nein ich mache keine ahnung reparatur also wenn man kommt dann sollte man richtig kommen ja ich muss das richtig machen hier so du kollege kommst hier rüber wo das verkauft so also range bringt mir logischerweise nichts ne also lassen wir das mal wenn wir ganz ehrlich ich habe bock die sturmhofer direkt wegzuknüppeln geht das so bitte sagt mir die rennen richtig hart rein und ich krieg die sogar noch geklippt damit der rakete das wäre so super und den kleinen juli mir kleines füß dann hier drin hier ist gut hier dann stufe drei okay die könnte meinen krieger nicht gefährlich werden außer natürlich dem pro oh mein gott okay das mache ich für ein schweiß das ist auch mal was neues ne muss man sagen also brauch auf jedenfalls nächstes unterirdischer blitz da meine einheit gar nichts kosten wenn ich alter what the fuck dieser schwarm jetzt schon unmenschlich viel nein es kann niemals zu viel sein los meine minions lauft aber wenn sie ich glaube schwerenrüstung wäre besser gewesen bei den kriechern weil heilung ich glaube das bringt nichts aber es ist einfach witzig muss ich sagen also warum nicht ja also ich habe das problem dass ich keine luftanheiten killen kann also deswegen sollte ich gleich ein paar mustangs aber ich bin irgendwie bin ich da kein freund von ja da kann man sehen wie schnell die griecher weg sind wenn sie halt gegen sowas kämpfen also gewinnen damit wäre ich gern der nicht ach schade wäre lustig wenn ich habe echt gut geld bekommen das ist ganz gut um geld zu machen auf jeden fall das ist ganz nice oh man oh ein schild damit die nicht wo oh mein gott so 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 also ich frage ich was die taktik hier ist gar nicht die taktik existiert aber gar nicht und sich taktik ist einfach nicht vorhanden so machen wir das mal so in den höchsten batzen oh mein gott gegen sowas zu kämpfen ist ja richtig scheiße wenn man so viel kriecher hat ja weißt du was kommen dann lasse ich dir einfach da stehen ich möchte jetzt nicht in den tod schicken obwohl wenn wir ach da machen wir das mal so die meisten nach da gehen okay ja macht sowas nicht das ist quatsch das macht keinen sinn also ich werde das niemals gewinnen das ist quatsch also wenn es gewinne dann dann nur weil ich gegen glück glück mäßig dann halt habe dass die feinde keine lufteinheiten haben mehr oder so ich meine allein das hier wenn wenn ich da jetzt mein kriecher entgegen kämpfen würde die würden halt alles hören schocken ja man sieht schon guck mal der waren schon einfach alle also das ist quatsch ja geht in die mitte wenn die nice oh nein mein schlimmster albtraum damit also gegen sowas sind das kriege ich verrasch oder schild ist ganz gut gefühlt noch gar keiner wirklich hier am start fielen gesagt mir bitte ich kann jetzt irgendwie kriege ich auch über fünf ausbilden das echt geil wenn ich sowas bekommen würde jedenfalls dass der das runter gesetzt wird mit dem was ich bezahle okay mein da kommt sowas geld in meinem schweini noise hmm irgendwie muss ich was mit luft haben ganz ehrlich ach man ich habe jetzt nein ich darf nicht ich muss weiter kriecher machen was tust du nein ach das ist alles für euch ich bin mir so ein block an alter oh man naja ja noch geld leihen einfach und ein bisschen mehr aufstocken ich glaube das reicht dann den teilen nur der angriff wird ja auch erhöhen wenn ich das mache ne der angriffssintervall ist in 0,2 sekunden verringert wenn ich die nochmal dreht geht schneller an ja schon irgendwie das gefühl dass ich hier richtig die übelste konter gegen mich bekomme von der k.i. also hm Na, mal gucken, wie es läuft. Ich möchte aber jetzt das mal durchs, durchs, durchs. Einfach mal, einfach mal sowas machen. Ich möchte mal ein bisschen, es wird aber da, ich werde wahrscheinlich das Wort aufs Maul bekommen. Und ich werde auf jeden Fall die Mustangs auch ein bisschen hochleveln müssen, damit ich da irgendwie eine Chance habe, da zu gewinnen. Aber ich werde jetzt hauptsächlich wieder auf Kriecher gehen. Oh, Schmerz. Zwei Stücke, drei, oh mein Gott. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, okay. Alter, what the fuck. Weil meine Stufen von denen sind schon ganz hoch jetzt langsam. Das geht. Warte mal, kann ich vielleicht? Ich glaube, die sind nicht in Range, um auch zu explodieren von der Rakete, aber ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht doch ist. Das sind nur zwei entfernen. Ich glaube, zwei ist noch im Rahmen. Ich glaube, der wird nicht treffen. Meine Mann, der hat genau so weit, wie der. Ah, mal gucken. Ich muss ihn jetzt nicht. Oh, die wurden abgeschossen. Fuck. Okay, unsere Massen sind groß genug, damit wir sogar den Vulkan überrennen. Krass. Das ist nicht mehr berechnet. Aber es ist schön. Ein paar Mustangs im Hintergrund, die ein bisschen chillen. Noch ein bisschen Stress machen. Wieder Schwaben. Oh mein Gott. Schwaben geht weiter. Gut, wir haben es geschafft, dass die nach da links gehen. Das ist wunderbar. Oh, das ist gar nicht. Das ist gar kein Spiel. Das ist ein... Oh mein Gott, das ist der... Das ist die KI. Ich denke, es sind den zu killen, Animals. Hm. Okay, der wird jetzt die jetzt alle hier killen, ne? Dann wird der Gelbe nochmal Pünktchen bekommen, wie es scheint. Ich werde auf jeden Fall meine Mustangs aufwerten müssen. Das ist gar kein Problem. Hm, 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 hm. macht es auch sinn tatsächlich range zu nehmen wegen den Mustangs na ich darf nicht zu weit da gehen ja das sollte funktionieren also halt stopp das sollte nicht funktionieren das ist so gut wie es geht halt gerade das meine ich oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott das ist so geil weil wir die arke jetzt einfach nicht hinterher kommen wir das zu killen alles krass alter scheiße oh mein gott schon auch mein gott gesagt ich glaube nicht ich verliebe gleich mein gebäude ist nicht gut alter what the fuck ich muss mal eine tür mehr erhöhen vom level hier und so ah wer ist das blau oder nee ist rot das ist rot oh mein gott ja also ich glaube ich werde 11 minus bekommen hier alter was egal was wert ja komm das muss sein hmm 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 Okay. 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 Oh Scheiße, sind die schnell jetzt. Oh mein Gott! Wie viel Geschwindigkeit kriegen die dazu bei der Fähigkeit? Fünf! Die sind dreißig genug! Die sind dreißig schnell! Oh mein Gott! 30 Meter pro Sekunde! Junge, alter WTF! Scheiß, die wandern! Und die Panzer bringen jetzt nichts viel vor. Ja doch, die ist ganz gut, glaube ich. Aber trotzdem, so gut ist die jetzt nicht. Okay, also das wird nichts. Der Junge ist viel... Ach, der hat auch Panzer rum! Scheiße, deswegen geht das gar nicht. Hm. Ich hoffe, die nächste Runde ist noch nicht vorbei. Ich will noch irgendwas spaßiges... Okay, ich... Ah, Mann! Ich glaube, das ist eine gute Sache, dass wir die jetzt noch haben. Ich komme zu meiner kleinen Armee dazu. Hier soll noch da gehen. Ja. 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 yhteychen... Ja. was ist das ein... was sind das für Fähigkeiten, alter.. Ich glaube da bin ich ein bisschen, hm. Ja komm, du kommst dann doch hier hin, dann haben wir doch so einen Block hier, mein frisst, auch egal. Das ist so dumm, ey. Oh, verdammt, ey. Ich will mir das andere Häuschen ein bisschen sichern. So, ich glaub, hm. Yes, yes, I know something, what's coming, my friend, I'm absolutely not. What this shield is there and nobody can stop my army of death, yes. Schwarm, stirb, weino, stirb. Ah, der hat keinen Spaß, den überrenne ich damit so krank, den Jungen. Ähm, der Panzer, ja. Ich will davon noch leben. Ja, die ganzen Stufe 1 kann man auf jeden Fall, weiß man auf jeden Fall hundertprozentig, sind einfach echt nur die, ähm, Beide, die halt nachproduziert werden, natürlich. Hm. Oh. 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 Okay, in letzter Runde werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen, aber lustig es trotzdem. Aha, Feuer. I don't like that. Hm, Vorsichtmaßnahmen. Hm, 25, damit kriege ich weniger Range, ne, aber es wird heißt trotzdem, hm. Ich weiß nicht, soll ich das machen? Dann schießen die halt viel schneller, aber dann mal weniger Range. Aber an sich, ja, das ist natürlich schon ganz praktisch. Hm, 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 hm. Ja, lassen wir das glaube ich, ne, also ich habe kein Geld mehr dafür, also von neuem ist auch egal. Aha, I knew it. Aber dann meine, ich ja hier. Okay, das leckt richtig hart, man. Okay. Oh, go ahead, man. Ich könnte mein Geld mehr geben, aber geht an. Also. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020